Jo Leute und damit willkommen zurück zu Das Beklopptenprojekt Wieder mit Johnny dabei Hallo Und Flash wie immer Jetzt Johnny ist nach langem auch mal wieder da Ja der verlorene Sohn Boah der verlorene Sohn Äh das verlorene Kind Ist eher woanders verloren gegangen Ja Was ist denn hier los hier Bob der Braumeister Aber ist ja einiges Seit der letzten Aufnahme noch passiert Ach zu viel Ich hab vor mir hier alles erstmal fertig gemacht Du hast nur Scheiße gemacht mit den Scheiß Turtles Ich doch nicht Wie war das eigentlich dein Programm Ich dachte du wolltest jetzt von den 10 Milliarden Serverabstürzen berichten Ja das kommt auch noch dazu Wegen Johnny wir wollten eigentlich gestern schon aufnehmen Das ist unfair ich wusste nichts davon Jaja du weißt nie was davon Spinner echt Es lebt ich kann weiter aufnehmen Die sind ja abgestürzt Dann hab ich mir wieder Stormbreaks gemacht Dann war ich noch schön fleißig am Programmieren Babababababababab Aber das muss ich nochmal bei Pacebin drin sprechen Weil beim Server kann ich das knicken das so raufzuführen Mach doch probier's so aus Schreib's doch selber immer rein Weißt du was du einfach machst Nimm's jetzt einfach ne Turtle Setz dich ganz gemütlich in ne Ecke Jaaa Und schreib's in die Turtle rein Jaaa Ein Ding was 2000 Zeilen hat oder was Heul nicht rum Mich verarschen Vielleicht hast du auch ne Turtle programmiert Ne Aufnahme Jaaa toll Aber sowas mach ich nicht Warum klappt's nicht mit Pacebin Ja weil's mit dem Server nicht passt Achso Sorry noch nicht gemacht So wo waren wir eigentlich abgestorben Geschrieben hab ich das schon Aber soweit war ich noch nicht Haben wir denn Johnny will ja irgendwas machen ne Haben wir denn eigentlich so ein Ding So ein Portal Irgendwo stehen Muss ich nur suchen Ja dann such das Aber ich hab genug Enderperlen Hab ich jetzt im Turm gefunden Dann würde ich sagen Mach dich auf die Suche Und äh Ich bin schon mal vorbei meinen Power Wieder zu ändern Machen wir das Nein äh Johnny kann ja schon mal suchen Schon mal ein bisschen vorbereiten Und sowas Ähm Weil ich werd Ich sag dir jetzt schon Enderbean werd ich auf jeden Fall nehmen Das können wir doch klonen Ja Nur dass die einen Dass ich sie schon mal ab Der natürlich das hat Müssen wir auch den äh Das Ei Das können wir aber duplizieren Glaub ich Keine Ahnung Mit dem Alka-Cast Hau ne mich auf Leckt das hier dann wieder voll Weiß ich nicht Achja das wollte ich ja letztes Mal craften Das Alka-Cast Da war ich abgestorben Aber Ach genau Um die Enderaugen rauszukriegen Muss ich erstmal den Power-Dings wieder hinkriegen Dann kann ich ja suchen Kannste 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 Ja wenn ich fertig Hier gebaut hab Findest du So was brauch ich denn dafür noch Achja was machen eigentlich die ganzen Federn die ich bei dir ins ME System gesteckt hab Weißt du doch Schokobuffi denn noch So Na hab ich dir doch letztens schon erzählt Ne Das Keine Ahnung Hab ich ihn wieder vergessen Ne Er hat irgendeiner äh Ich bin ein vergesslicher Mensch Zufällig irgendwie Schleimbälle oder sowas Ne Ne Neterwarzen Ich hab jetzt aber nicht besucht Ne Verdammter Mist Neterwarzen Geht ihr doch euch fahren Ich bin aber zu faul Ich hab keine Neterwarzen Oder hab ich irgendeine Warte mal Oh Schleimbälle Geil 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 Ne mach ich so nicht Geil ist dis Äh Na Puck 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 p alan Haben wir eigentlich noch Irgendwelche Bienen im jaem sporn Ich glaube nicht Mh Naja Viva und ein buch brauch ich Half eu Eu die ich hab ich hab ich hab was was war das Lekt LV Transformer dann wollen wir mal ja hauptsache Tastatur hemmern ist der doch Flügel? weiß ich nicht, irgendeiner war es ja irgendwie, wer denn sonst? tot 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 hauptsache auf das Ding hemmern mc hammer oder was? ja mc hammer alter doch die schlafen alle, sollst halt so Krach machen das ist so ne Tastatur in mein Mikrofon stellen deswegen hört sie das mach das doch nicht so laut Alter, das ist mein MV Transformer aha Maschinenblock hab ich da automatisiert wenn du eh Ultimate machst, musst du sowieso alles automatisiert haben so oh mir vierte nur noch ein Meterwarze kann auch nicht sein, dass ihr keine habt ich hab noch keine gebraucht deswegen ich wollt grad sagen, Alter jetzt, ich hör euch nicht ich quatsch hier so alleine ich hab schon wieder Angst gehabt ich wär so so simply alone so alone leave brightly alone oh doch, ich hab noch welche hab ich aber Glück gehabt äh, sieben, acht, neun, ja ist klar ich weiß jetzt gar nicht, ob das ich probier's einfach mal ach so, ist gar nicht an boah ey die ist so groß was machst du denn? ich hab schon mal zehn es leckts ups, eine zu viel ich spiel's, wenn wir irgendwann rausfliegen merken müssen okay oh, warte mal, Goldblöcke okay, ein Drachenei kann ich mir schon mal machen ja ja, brauche ich nur Diamantblöcke massig boah, ich bin auch so dumm warum mach ich denn nur viel merkst du das jetzt erst? halt doch mal die Fresse, ey bist du von uns gewohnt ich komm dir gleich nach Hamburg da und mach dich kaputt dann komm her komm wir fahren mal schön so lange ich spiel ein Sauerfernen in Berlin, ja Berlin, Berlin ich bin so wunderschön so ne, das klingt anders nein ich dacht, das klingt halt so shit ähm ähm wo war das? zendors, brauchst du noch diese komischen Elektrolyse Kapseln? äh brauchst du noch, ne? oder du brauchst mir das Ding ja, ne ich schmeiß mir die sieben Dinger hier rein und äh wir hoffen, dass jetzt Ende der Aufnahme dann irgendwann alle fertig sind ja, mach das viel Spaß Penel wat? wer war das von euch? Penis das ist doch nicht hallo hallo, bitteschön könnt ihr dies bitte sein lassen? das ist doch nicht erlaubt hier hallo? Penis Penis die Brücken ich hab so welche warum sind meine, achso, meine Waypoints im Neta sind nicht mehr gespeichert ja ich hab so am Anfang meine Corby was meinst du, was ich eben vor der Aufnahme noch gemacht hab? die voxelmap-Datei gruppiert ach du kannst mich doch mal wo hast die Dinger denn? was? wer? du musst doch irgendwo so ein Ding haben hier, ne? ja, in dem ME nein, ich will doch nicht du hast das da irgendwo angeschlossen, oder nicht? nein, ich hab das wieder ins ME getan baust die? äh äh ja, ne, kannst ruhig nehmen aufpassen boah, wie ging das nochmal? weißt du, wie ging das nochmal? fang mir den Kopf noch durch das ist voll schwer ich hab, muss ja muss so rumexperimentieren bist du grad am scrollen? ich nö ach ne, weißt du das da rumticker? ach, deine ollen cobblestones, Alter, die sind am rumflackern warum leckt das hier so? ja wo bist du denn? wer? du bei mir leckt das hier nur so ein bisschen wieder rum das mag ich immer wenn ich anmache, aber warum? weißt du nicht keine ahnung, wahrscheinlich das ist komisch hast du jetzt raus? ich hab's nicht rausgenommen ne, ich hab's nicht rausgenommen IC2 irgendwas ja, das ging mir auf den Keks mit dem scheiß rumgewackel, weil du da mhm, deine Kompis dann immer durch pfefferst wacke packe kuchen der johnny hat gerufen ich bin zu faul zu gehen ich teleportier mich einfach alter bei mir, cool 1,2,n cover meine A äh können wir mal hire's ah, scheiß drauf ich hab keine Rüstung, aber egal ich hab noch nicht mal zum Bett ich hab noch nicht mal zum Bett oh, hast du kein Bett? ja, wir ja das haben wir in der letzten Aufnahme noch schnell gemacht ne, haben wir doch geklaut aus dem Hauptding oder so, ja ich hab noch eine Sekunde bis im Bett sag das so ach, wir gehen einfach kurz schlafen ja, wär ein bisschen schlauer äh, apropos schlafen sind eigentlich irgendwie Monster aktiv hier oder sowas? eigentlich ja ja, eigentlich schon ich schau mal ne, scheint zu sein ich lieg im Bett die ich das letzte mal dahin gepflanzt hab ähm, zwei, vier, sechs Stück doch, sind aktiv, seh ich grad auf einem Nebenmap ja, sind sie auch ich hab da sechs Schneemänner in das Schneegebiet gestellt fuck, ich hab kein Bett oh, und da schießt grad ein Schneemann eine Spinne ab ich find Bett nicht im schlafen Ding nein, der Schneemann ist tot B.E.D. ja, ist mir klar aber geh ins Bett doch jetzt, lol was ist das fuck gewesen? bist du auch schon gerade? ich hab keine Wolle oh, Junge, Alter du hast doch Spinnenfäden oder nicht? ich lieg im Bett und hab schon ein Skelett abgeschossen der über mich nicht rüberschießt ja, jetzt kann ich mir eins machen also bei mir passiert noch nix ich guck gar nicht auch schon mal auf einem Minimap also das Skelett schießt die ganze Zeit über meinen Kopf rüber ja es war einmal ein kleiner Zendos der lag im Bett und wurde verfolgt von einem Skelett du hast so gescheint ich bin er echt du hast so schlau Gett und Skelett und Bett doch, das doch der Pfeil, der ging hinüber über sein Koppel drüber das Vieh ist echt so schlau, dass es einfach mal durchs Portal gegangen um mich zu verbrennen das hat Stil und dann war das auch noch so ein Boss-Skelett ja, ist klar ja kann ich die noch einfärmen? ja ich weiß gar nicht, was meins vorne an ihnen los ist aber ich glaub warte mal, die laufen immer noch also mich wundert das, dass sie limitiert sind die rödeln noch fleißig ja, ich weiß nicht, wieviel da drauf limitiert sind, aber naja ist ja eigentlich Wurz ich kann sie austauschen ich hab ja genug boah, ich bin so ich bin so froh, dass man mit dem mit dem Store die Farben umwechseln kann also ach ja Johnny, Johnny, Johnny kann man nicht oh Johnny oh Johnny der ist so doof oh Johnny warum magst du so viele Ponys? ich spreche einfach nicht mit euch ist in Ordnung okay macht das viel Spaß äh, wie kann man diese verkackten Fiber-Cable einfärben? äh, mit verschiedener farbiger Wolle Wolle? oder was meinst du jetzt? ja, ich will die, äh ME-Kabel ja, die kann man einfärben die ME-Kabel kannst du einfärben brauchst du nur nur mal unverdecktes Kabel ne, einen Painter brauche ich dafür ne, einen Painter brauche ich dafür ja, dann nimm Painter ja, was ist mit Painter ist das blöd ach ja sag ich dir ehrlich ich weiß nicht, ob das äh so funktioniert wie es soll ihr seid schon so ne zwei Pfeifen, ne? äh ich will das sehen, ne? ne nimmt das irgendein bitte auf von euch? mhm 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 ja, wie mhm mhm das andere Brostet lang hätte so eingefärbt habe ich bin auch ich bin auch blöd genau so richtig ist ja das wissen wir da muss ich dir recht geben das stimmt nach ich hab euch auch lieb ausnahmsweise hast du mal recht du und du hast dann direkt Backe Backe Kuchen was ich wollte sagen wo ist Johnny eigentlich kann ich so laut schreien Pro ist eigentlich ganz ganz schön was sie wir können so weiterreden wir können Blablabla machen und du Buschel sein auch mal vorteil n ich gebe dir gleich vor Prozent Backe Arschloch ja jetzt bringt er nicht mehr die Luft aber er kriegt kein Strom ist auch gut okay Nostrum Du musst meine Prototype on my god ey was ist denn mein Gott ist auch dein Gott jetzt mal sitz ich dafür Gott ist für uns alle da Sicher seid ihr beide katholisch oder protestantisch oder evangelisch oder Jesueli keine Ahnung was ich bin keine Ahnung wort es nicht kommt von mir oder oh nö der Strom reicht nicht ne ich war auch nicht komponiert okay der kommt da nicht mal mit dem Strom aus willst du mich verarschen Boah ich kapiere nie wie das mit diesem großen Boah was denn ja wo ich die LV an den MV-Transformer anschließend mach äh genau andersrum wie ne Bett wie ne äh wie ne Box doch an den kleinen Eingängen da oder was warte mal ich hab da unten welche stehen mach ich davon du Vogel du 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 Faggert Alter Johnny ist halt dämlich weißt du doch Johnny und Technik dein Vogel du musst in den gefärbten Punkt reingehen du hast auch Fags ne ne ja aber du musst in den einzelnen Punkt der nur einzelne jetzt Standard ach so wie ist das denn mit dem ja rein und an den großen wieder raus oder was rein und raus also beim Fags ist das ganz einfach da ist der gefärbte rein und die anderen raus halt wie ne Bettbox andersrum guck dir einfach deine Bettbox an da gehst du dir in alle Seiten rein und auf einer Seite raus ja und da gehst du auf einer Seite rein und auf einer Seite rein und alle Seiten raus ja wie ich in deinem Vogel ja das mit Dachschaden ich weiß Dachschaden hab ich heute mit Vögeln ja wohl Dachschaden hab ich immer noch bei meinem Haus